Hi, mein Name ist Akira und ich bin die Tochter des Häuptlings unseres Stammes. Mein ganzer Stamm schwärmt für mich und das nicht nur, weil ich so schön bin. Ich wurde mit einem perfekten Gedächtnis geboren. Ich erinnere mich kristallklar an jeden einzelnen Moment meines Lebens, seitdem ich ein Kleinkind war. Ich erinnere mich an jeden Baum des endlosen Dschungels, in dem ich mit meinem Volk lebte. Als ich fünf Jahre alt war, konnte ich den Weg durch unser Wald nach Hause zeigen und alle Erwachsenen waren erstaunt. Sie hat einen erstaunlichen Verstand. Nehmen wir sie mit auf die Futtersuche. Pilze und Pflanzen sammeln zu können, die alle essen konnten, war sofort ein Hit in der Gruppe meiner Mutter. Ich konnte mir den Namen, die Form und den Geruch jeder Pflanze perfekt merken. Und als ich elf Jahre alt war, verließ ich der ganze Stamm darauf, dass ich das Essen kontrollierte. Giftig, nicht giftig, nicht giftig, giftig. Akira ist ein Geschenk Gottes, sie sollte die nächste Anführerin sein. Ha, der nächste Anführer? Dieser Schwächling? Das ist meine älteste Schwester Misa. Sie war nur ein paar Jahre älter als ich, aber wir waren völlig gegensätzlich. Misa war eine Göttin mit Feier und Bogen. Und ich? Ich war ungeschickt, lärmend und konnte den Bogen kaum heben. Ich habe Kaninchen lieber adoptiert als gejagt. Tagsüber war ich mutig, aber nachts kauerte ich in den Armen meiner Mutter, während Misa herumlief und alle Tiere erschreckte, die sich näherten. Du bist so ein Weichei! Bin ich nicht! Um Häuptling zu werden, musst du mich, deine ältere Schwester und den beiden Jägern des Dschungels schlagen. Ich bin die beste Sammlerin. So? Pflanzen sind leicht zu fangen. Sie sitzen auf dem Boden. Komm mit uns auf die Jagd. Akiras Geist ist was Besonderes. Wir können nicht zulassen, dass sie in Gefahr ist. Also sollte ich diejenige sein, die in Gefahr ist? Misa mochte mich nicht wirklich. Und ehrlich gesagt konnte ich sie ihr nicht verdenken. Ich verbrachte Jahre in unserer Hütte und wurde mit Pflanzensammeln gefächelt, während sie mit Kratzern und blauen Flecken nach Hause kam. Einmal als ich 14 war, schlich ich mit einer Tasche voller Fleisch und Brot von Mutter weg. Ich wollte Misa ein Dschungelpicknick machen und sie dazu bringen, mich zu mögen, aber mein Plan ging nach hinten los. Du hast Fleisch mitgebracht? Der Geruch wird Bären einlocken, du Loser! Da hörten wir auch schon das Gebrüll. Was ist das? Das hört sich nach einem Bären an, schwärmt alle aus und folgt dem Geräusch. Warum rennen wir nicht weg? Wir müssen nachsehen, bevor wir weglaufen. Sei einfach still und stolper nicht über irgendwas. Wir überquerten den Fluss, um das ununterbrochene Gebrüll zu erreichen. Und da sahen wir es. Es waren keine Tiere. Es waren Menschen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Die Bäume fällten. Nein, sie fällen unsere Bäume. Wir müssen sie aufhalten. Ich stürzte mich nach vorne, aber Misa zog mich runter. Mach nicht auf uns aufmerksam. Sie haben Waffen. Wir müssen es Vater sagen. Komm schon. Wir rannten alle zusammen nach Hause. Aber als wir es allen erzählten, was passierte, schauten die Erwachsenen nicht überrascht. Wir wissen, dass sie den Wald abholzen. Sie wollen hier eine Stadt bauen. Was? Aber wir wohnen hier. Wir können hier bei ihnen leben. Sie haben uns versprochen, dass wir unser ganzes Land behalten dürfen. Sie können uns bessere Medizin, bessere Häuser und ein besseres Leben geben. Ich mag unser Leben und unser Zuhause. Was ist mit den Tieren? Wo sollen sie ohne den Dschungel leben? Akira, wir machen uns Sorgen um uns, nicht um die Tiere. Also können sie nirgendwo mehr hin, nicht zu essen? Es war ihnen einfach egal. Sie sprachen immer wieder von den Vorteilen, die es mit sich bringt, diese Leute einzuladen. Wir werden das nicht zulassen. Wirklich? Du willst sie mit mir aufhalten? Nein, du wirst sie mit mir aufhalten. Zum ersten Mal in meinem Leben waren Misa und ich auf einer Seite. Wir schlossen einen Pakt, um diese Neuankömmlige auszuspionieren, ihre Schwächen zu finden und sie loszuwerden. Wir schlichen über den Fluss, bis wir den Rand des Dschungels erreichten. Ich versteckte mich in einem Baum und sah zu, wie die Männer mein Haus brutal abholzten. Dann kam ein fremder Junge plötzlich her. Schst, sag nichts. Einen Moment lang konnte ich nur daran denken, wie gut er aussah. Dann überkam ich die Angst und ich stieß ihn weg. Er packte mein Bein und wir pulzelten beide aus dem Baum. Autsch! Ich schaute auf und sah die Baumfäller, die uns wütend anstarrten. Wer ist das Mädchen? Jack, er ist hier. Geh mit ihm. Lauf, lauf, lauf! Der Junge ergriff meine Hand und wir rannten los. Wir hatten den Fluss schon fast erreicht, als meine ungeschickten Füße zu Boden mich schickten. Warte, hilf mir! Tu mir leid, Prinzessin, ich muss los. Ich verdrehte mir den Fuß. Wenn du ohne mich in den Dschungel gehst, wirst du es nicht schaffen. Dort gibt es eine Million Tiger. Er knurrte und warf mich über die Schulter, als würde ich nichts wie. Ich wies ihm den Weg in die dicksten Bäume, wo ich wusste, dass die Männer uns nicht verfolgen könnten. Warum läufst du vor ihnen weg? Ich habe zu Hause ein paar Lebensmittel gestohlen und sie wollen mich ins Gefängnis stecken. Also bin ich auf dieses Schiff geflohen. Jetzt wollen mich die Leute zurückschicken. Aber das nur wegen Essen? Und Gold? Und diese schicke Krone? Oh, du bist furchtbar. Ha, und gibt's hier auch wirklich Tiger? Ich hab gelogen. Er ließ mich sofort fallen. Ich werde jetzt gehen. Bye. Er versuchte wegzulaufen, aber in diesem Moment sprang ihn eine geisterhafte Gestalt an und drückte ihn zu Boden. Es war Misa. Sie hätte ihm fast wehgetan, bevor ich sie aufhielt und ihr sagte, wer er war. Du hast diese Eindringlinge bestohlen? Das ist erstaunlich. Er ist nicht erstaunlich, aber wir können uns das zunutze machen. Er weiß, wie wir die Leute besiegen. Was bekomme ich dafür? Dein Leben. Wir fesselten ihn und schlichen uns mit ihm in eine leere Hütte zu Hause. Vor den Ältesten verhielten wir uns normal und nachts verhörten Misa und ich Jack abwechselnd. Er erzählte uns, wie er alles gestohlen hatte. Wow, das hast du alles alleine geschafft? Ich hatte ein bisschen Hilfe, aber das meiste habe ich selbst gemacht. Stehlen ist nichts, womit man angeben sollte. Sie haben es verdient. Mein Volk ist grausam und bösartig. Sie haben meinem Dorf so viele Steuern abverlangt, dass wir unseren Hof verloren haben. Ihr habt das Land verloren und meine Freiheit. Ja, du hast keine Ahnung, wie hart mein Leben war. Er ging weg, um in einer Ecke zu schmollen und zum ersten Mal tat mir Jack leid. Am nächsten Abend ging ich in seine Hütte, um mich zu entschuldigen, aber er war schon weg. Ich rief sofort Misa herbei. Er ist in den Wald gelaufen. Schau, ich sehe seine Fußspuren. Wir verfolgten seine Spuren durch den dichten Dschungel und ich hatte Angst. Wir waren in der Dunkelheit unterwegs, während der Bärenzeit. Unsere schlimmsten Befürchtungen wurden wahr, als wir einen Schrei aus dem Innern des Dschungels hörten. Wir rannten in die Richtung des Geräusches und fanden Jack, der sich hinter einem Felsen versteckte. Misa hat sofort gehandelt und ist auf den Felsen geklettert. Sie machte sich groß und furchterregend. Und dann hörten wir einen Knurren, der Bär floh. Jack nahm sie in den Arm. Du warst unglaublich, du bist die Bärengöttin. Danke. Warum? Wolltest du alleine weglaufen? Ich will niemandes Diener sein, nicht einmal eurer. Du kannst den Dschungel nicht ohne unsere Hilfe durchqueren. Die Wölfe kommen nachts raus. Bist du bereit? Nein, dachte ich mir. Wir hielten an einer Höhle für die Nacht an, damit wir nicht auf die furchterregenden Tiere trafen. Während Misa ein Feuer machte, versuchte ich, Jack davon abzuhalten, giftige Pilze zu essen. Hör auf, mein Essen wegzuschnippen. Du hebst immer die Giftigen auf. Ist das? Wie kannst du dir merken, welcher welcher ist? Sie hat ein perfektes Gedächtnis. Nein. Äh, ist das wahr? Jack war völlig fasziniert und wir verbrachten die ganze Nacht damit, uns über meine unglaublichen Kräfte zu unterhalten. Er hat mich sogar herausgefordert, jedes Detail von irgendwelchen Tagen aus der Vergangenheit zu erzählen. Das ist Wahnsinn. Du kannst dich nicht im Dschungel verstecken. Du könntest berühmt werden. Sie erinnert sich an alles. Ich kann Bären erschrecken. Ich kann mich ernähren, ohne in Gefahr zu sein. Ich kann Gefahr tatsächlich überleben. Und ich bin bald Häuptling. Misa trat vor Wut gegen einen Baumstamm und Jack musste dazwischen springen. Misas Laune war mies und als wir am nächsten Morgen wieder losgingen, lief sie weit weg. Ich glaube, meine Schwester hasst mich. Nein, das tut sie nicht. Deine Gabe ist nur schwer zu ertragen. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Stimmt. Aber sie hat sich für dich entschieden. Es ist nicht leicht, im Schatten eines Geschwisterkinds zu stehen. So hatte ich das noch nie gesehen. Und ein paar Tage später waren alle Hoffnungen, dass Misa mich mochte, zerstört. Unser Vater berief eine große Versammlung für alle. Wir haben eine Ankündigung zu machen. Die Ältesten haben beschlossen, Akira zu unserer neuen Anführerin zu machen. Sie wird eingeweiht, sobald sie 15 wird. Nein, ich bin das älteste Kind. Ich verdiene den Platz. Akiras Gabe wird sie zur besten Anführerin machen. Das Mädchen, das ein Neuankömmling gefangen hat und ihn in unseren Hütten versteckt hat, und sie schmädelt Pläne mit ihnen, um die Leute loszuwerden. Was? Mir fiel die Kinnlade auf den Boden, als Misa mich sofort verriet. Sie hat ihn sogar zu Jack gebracht. Akira hat diesen Jungen hier seit Wochen versteckt. Sie hat mich auch dazu gebracht, drüber zu lügen. Denk drüber nach, bevor du sie zur Anführerin machst. Ich bin zutiefst enttäuscht. Vater, nein! Er hat mich nicht einmal zu Wort kommen lassen. Die Ältesten brachten Jack weg, und dann wandte er sich wütend an mich. Du hast hinter meinem Rücken Pläne gegen mich geschmiedet? Ich schmiede keine Pläne gegen dich. Aber die Leute sind grausam. Sie müssen verschwinden. Wir werden sie nicht los. Diese Neuankömmlinge können helfen, unser Leben für immer zu verändern. Du kannst nicht Chef sein, wenn du das nicht siehst. Es ist mir egal, Häuptling zu sein. Unser Wald ist ein Lebewesen, und man kann ihn nicht abholzen. Er war zu wütend, um mir zuzuhören. Er wollte Jack sogar an die Neuankömmlinge aushändigen, als Zeichen des guten Willens. Ich lag einfach nur traurig in meiner Hütte und wartete darauf, dass die Baumfäller kamen, als eines Tages Misa mit Tränen in den Augen durch die Tür brach. Akira, Vater ist gefangen genommen worden. Was? Sie erzählte mir, dass die Neuankömmlinge Vater gefangen genommen hatten, und anstatt uns unser Land zu überlassen, wollten sie alles für sich haben. Ich wusste, dass wir ihn nicht trauen können. Es tut mir so leid, Akira. Ich kann nicht glauben, was ich getan habe. Du solltest mich aus dem Stamm werfen. Oder schlag mich. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir Vater zurückholen. Wir versammelten alle, um einen Plan zu machen, und die meisten wollten direkt in den Kampf ziehen. Habt ihr die Waffen gesehen? Wir können nicht gegen sie kämpfen. Wir müssen sie austricksen. Wie soll das gehen? Ich habe einen Plan. Ich erklärte meine Idee, und die müden Gesichter der anderen leuchteten auf. Wenn das nicht klappt, müssen wir sowieso kämpfen. Aber lasst uns unser Bestes geben. Jack erzählte mir einmal, dass sein Volk Angst vor neuen Krankheiten hatte. Also sammelten wir Asche aus der ganzen Umgebung unserer Siedlung und rieben uns damit ein, bis wir wie Geister aussahen. Wir zerquetschten Bären auf unserer Haut, um krank auszusehen, und wir liefen in das Lager der Neueinkömmlinge und spuckten Milch aus unseren Mündern. Eine Krankheit! Wir werden alle krank! Sie breitet sich aus. Ein paar Leute schrien, und ich tat so, als würde ich Miesa beißen und ein paar Bären in meinem Mund zerquetschen lassen. Die Neueinkömmlinge stießen einen Schrei aus. Oh nein, dieses Land gehört dem Teufel! Lauft, oder ihr werdet krank! Sie rannten los, und ich hatte einen Freudenschrei im Hals. Hey! Du bist nicht krank! Bevor der Mann ein weiteres Wort sagen konnte, sprang Miesa auf und schrie, Ich werde dich fressen! Der Mann kreischte und rannte davon wie eine Ratte. Wir knoten wie Monster, bis die Eindringlinge weg waren. Ich kann es nicht glauben! Es hat geklappt! Yes! Alle brachen in Gelächter aus. Miesa und ich rannten zum behelfsmäßigen Gefängnis und holten Vater und Jack raus. Meine Kinder! Gott sei Dank! Vater packte mich an den Schultern und entschuldigte sich bei mir. Es war dumm von mir, nicht auf die glückste Person in meinem Leben zu hören. Kannst du mir jemals verzeihen, Akira? Du hast getan, was du das Beste für die Menschen hieltest. Ich hab sie verraten, nur weil ich eifersüchtig war. Ich verdiene es nicht, Häuptling zu sein. Ich verdiene es nicht mal, Schwester zu sein. Sag sowas nicht! Ich kann nicht ohne dich. Ohne dich wäre ich nicht am Leben. Überleg mal, wie oft du mir mein Leben gerettet hast. Nun, du hast Angst vor fast jedem Tier. Du bist meine Stärke. Ich brauch dich an meiner Seite, Miesa. Immer. Wir umarmten uns unter Tränen, bis mein Vater uns auf die Schulter tippte und auf Jack zeigte. Ich glaube, dein Freund hat einen Zusammenbruch. Da seine Freunde ohne ihn abgereist sind, kann er bei uns bleiben. Gut, denn Akira mag ihn. Nein, tue ich nicht. Lügnerin. Ich ignorierte sie und lief zu Jack hinüber. Weinst du etwa? Ist es, weil deine Leute ohne dich gegangen sind? Das sind Tränen der Freude. Endlich bin ich sie los und ich darf das ganze Gold behalten. Weißt du, wenn du bei uns wohnst, kannst du nicht mehr stehlen. Warte, ich kann bei euch wohnen? Nur wenn du willst. Du bist kein Gefangener mehr. Er überrumpelte mich und umarmte mich fest. Ein neues Leben, das wird ein Spaß. Ja, das wird es sicherlich.